Ich bin heute zur Frühstunde online, ich bin gerade aufgewacht, die Shebebs sind hier auch online, also kommt vorbei auf dem Kanal Mois. Meine Nase ist riesig, Allah. Jungs, irgendein gotteswichtiger Bruder ist gerade hier in Rewe eingebrochen. Bruder, ich wünsch dir Glück, bis die E-Basch kommen. Die Miese Food Prepares für morgen sind hier am Start, Allah, ich würde mal sagen, wir brauchen jetzt nur noch den Protein von Sex Plus. Das ist wild. Eigelb wird weggemacht, aber es bleibt nur Eiweiß. Das ist auch sehr wild, das sind Tomaten, das ist das jenes Ananas. Okay Freunde, dieses Eierding da war mein Frühstück. Dann, wenn ich jetzt ein bisschen gepennt habe, kommt dieses Porridge auf Süß, dann Gemüse, dann Fisch mit Reis und so und noch eine Portion. Das war's. 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 Bis zum nächsten Mal.